In diesem Video schauen wir uns den Multi-Hoster Zevera mal genauer an. Als erstes schauen wir uns an welche Dienste unterstützt Zevera überhaupt und das sind laut Eigenwerbung 120 Dienste. Hier ein Screenshot der Liste die der J-Downloader ausgibt. Es gibt natürlich noch eine Liste auf der Seite von Zevera selbst, dort wird auch angegeben ob der Hoster gerade funktioniert und wie gut er supported ist und ich verrate es euch schon mal, die sind alle exzellent supported. Steht zumindest da. Kommen wir aber noch genauer zu. Als erstes wollte ich die Geschwindigkeit testen und habe gleich mal Share Online genommen, denn der wurde beworben, dass er funktioniert und habe gleich mal die Meldung im Browser bekommen, dass er eben nicht funktioniert als ich den Download gestartet habe. Habe dann das Problem gemeldet an den Support und kurz darauf wurde der Status in der Hoster Liste umgeschaltet auf nicht mehr supported. Also bin ich zu Uploaded übergegangen, habe versucht dann Speedtest zu machen, habe einige Links in den J-Downloader eingefügt. Der wird übrigens auch offiziell beworben, also zum Testen absolut in Ordnung und hier sind die Downloads abgebrochen, haben gar nicht gestartet oder haben ewig gebraucht um zu starten. Der J-Downloader Log hat mir auch verraten warum. Es gab nämlich Connection Timeouts und das bei 60.000 Millisekunden. 60.000 Millisekunden sind eine Minute, das ist halt etwas zu lang für den J-Downloader. Beim zweiten Versuch Dateien runterzuladen hat es dann etwas besser funktioniert. Es waren aber wieder auch einige dabei, die gar nicht gestartet haben und diese Timeouts haben scheinbar auch dazu geführt, dass der Datendurchsatz nicht wirklich hoch war. Man sieht es auf der rechten Seite in diesem Graphen. Ich habe eine 100 Mbit Leitung, die wurde nicht ganz ausgereizt und die Geschwindigkeit ist auch immer wieder eingebrochen. Zu guter Letzt konnte ich dann die Geschwindigkeit nur mit RapidGator testen. Da habe ich auch die vollen 100 Mbit bekommen und das war auch der einzige von den drei Hostern, der auf Anhieb funktioniert hat. Meine Vermutung war, dass Cevera eventuell Caching betreibt, das heißt die Dateien erstmal zwischenspeichert, bevor sie sie an mich weitergibt. Ich habe also eine Datei selbst bei Uploaded hochgeladen und habe den Link in das Cevera Web Interface kopiert und beim Runterladen habe ich dann diese Meldung bei Cevera bekommen. Error Code, Error while signing into uploaded.to. Also ziemlich eindeutig, die können sich nicht richtig zu Uploaded verbinden bzw. in ihren Account einloggen und dann fällt auch erstmal Caching weg. Ich habe dann versucht, den Link nochmal runterzuladen und habe dann direkten Connection Timeout im Browser bekommen. Also im Grunde das gleiche Fehlerbild, das auch der Jadon Loader hat. Dann bietet Cevera noch ein Chrome Addon an, das ich getestet habe. Das soll die One-Click-Hoster Links automatisch herunterladen. Ich konnte mich einloggen ins Addon, ich konnte es aktivieren, es hat aber nicht funktioniert. Als ich den Support angeschrieben habe, war die Antwort, The Chrome Addon is very outdated. Toll, super. Dann kommen wir mal zum Support, wenn wir schon dabei sind. Und ich habe ja schon beschrieben, dass ShareOnline nicht funktioniert hat. Ich habe den Support angeschrieben. Die Antwort war, its Availability is extremely limited. Und das, obwohl in der Liste Excellent Support steht. Hat mich leicht verarscht gefühlt. Kommen wir zum IP Logging. Ich habe einfach in die Datenschutzerklärung, in die Privacy Policy reingeschaut und da steht, dass Cevera alles loggt, was ihr mit dem Dienst anstellt und natürlich auch die IP. Das ist für so einen Dienst eigentlich ein No-Go. Kommen wir mal zu den Preisen. Und auch hier sammelt Cevera keine Pluspunkte. Die Preise sind ziemlich hoch. Egal, für welches Paket man sich entscheidet, es gibt immer günstigere Alternativen auf dem Markt. Zum Beispiel Premiumize oder PremiumTO. Die bieten beide günstigere Pakete an. Was ist also abschließend zu sagen? Was hat funktioniert? Ja, von den drei Hosts, die ich getestet habe, hat einer funktioniert. Uploaded und ShareOnline hat nicht funktioniert. Der Dienst ist insgesamt unzuverlässig, wie auch das Browser hat und das nicht funktioniert. Die Preise sind viel zu hoch und die Angaben, die Cevera macht, sind irreführend. Es gibt also keine Kaufempfehlung für diesen Dienst. WDR este Video 2 3 3 5 5 Untertitelung des ZDF, 2020